So könnt ihr mit ChatGPT und Google Drive Automatisierungen programmieren. Das zeige ich euch mal am Beispiel von einem Karussell-Post, der aus einer Google-Tabelle entsteht. Das dürfte für viele Social-Media-Redaktionen die Arbeit ungemein vereinfachen. Zumal ChatGPT auch perfekt das Thema in die richtige Form bringen kann. Beginnen wir mal mit dem ersten Schritt, der Vorbereitung der Google-Präsentation. Diese dient als Vorlage für den automatisierten Karussell-Post. Ich habe bereits ein Layout entworfen, das den Bedürfnissen entspricht. Hier seht ihr verschiedene Abschnitte für die Titel, Untertitel und Inhalte, die wir direkt aus der Tabelle befüllen werden. Als nächstes schauen wir uns dann die Google-Tabelle an. Die enthält alle notwendigen Informationen für den Post, Texte, Bilder-URLs und die spezifischen Anweisungen für das Layout. Wichtig ist, dass das alles gut strukturiert ist, damit unser Skript die Daten problemlos verarbeiten kann. Jetzt kommt der spannendste Teil. Wir wenden uns an ChatGPT mit einer klaren Aufgabe. Ich möchte eine Google-Präsentation aus einem Google-Tabellendokument erstellen. Ich habe die Präsentation bereits erstellt und möchte den Inhalt mit den Inhalten aus der Google-Tabelle ersetzen. ChatGPT wird uns jetzt dabei helfen, dieses Skript zu entwickeln. Und genau das tun. Schritt für Schritt führt ChatGPT uns jetzt durch den Prozess und erklärt, wie die Daten aus der Tabelle gelesen werden und wie für jede Zeile ein neuer Slide erstellt wird, der mit den Daten befüllt ist. Das ist total faszinierend zuzusehen, wie ChatGPT mir diese komplexen Vorgänge nicht einfach nur runtercodet, sondern auch noch sogar erklärt. Das Skript funktioniert dann am Ende so. Es öffnet die Google-Tabelle und liest jede Zeile der Tabelle aus. Für jede Zeile wird dann eine neue Folie in der Google-Präsentation erstellt. Die Texte in der Folie werden dann mit den Texten aus den Zellen ersetzt. Sogar das Hintergrundbild jeder Folie kann basierend aus der URL in der Tabelle geändert werden und mein Logo kann ich auch noch einfügen. So, jetzt müssen wir nur noch das Skript in die Google-Tabelle einfügen, indem wir dort auf Erweiterungen, Apps, Skripts gehen. Hier löschen wir den vorhandenen Code einfach raus und fügen den neuen Code ein. Dieser Schritt ist entscheidend, denn der verbindet jetzt die Tabelle mit der Präsentation und macht diese Magie erst möglich. Nachdem das Skript gespeichert ist, führen wir es einfach aus und können beobachten, wie die Google-Präsentation wie von Zauberhand entsteht. Na und zum Schluss lasse ich ChatGPT auch noch den Social Media Post schreiben, wie ich euch erkläre, wie man Google Drive und ChatGPT für sowas verwenden kann. Ich lasse mir einfach nochmal den gesamten Prozess von ChatGPT erklären. Ich lasse mir nochmal erklären, was ChatGPT dabei auch selbst für eine Rolle einnimmt, nämlich als Sparrings-Partner und Developer. Und dann lasse ich mir das Ganze von ChatGPT auch noch als Tabelle strukturieren, sodass ich später diese Tabelleninhalte nur noch in meine Google-Tabelle einfügen muss. Und dann lasse ich mir daraus sogar noch den LinkedIn- und Instagram-Post generieren. Ja und weil es gerade so viel Spaß macht, lasse ich mir sogar noch dieses YouTube-Video von ChatGPT schreiben. Also, was ihr gerade seht, ist ein Skript, das ChatGPT geschrieben hat für dieses YouTube-Erklärvideo und den Text, den hat mein Avatar gesprochen mit meiner synthetischen Stimme. Und dann lasse ich mir das Ganze von ChatGPT. Also, was ihr webshot mit meiner sie von ChatGPT prep formalisiert? Das ist es eine Regel mit der Zwischenzeit-Ch payment, die wir mehr mit нашей